Hallo, hier ist wieder Ihre Denise vom Casino Plus Bonus. Meine Stimme ist heute etwas verschnupft, aber das ist in der Zeit zum Herbst, in den Winter hinein nichts Ungewöhnliches. Aber das Win-Own kann ich vorstellen heute. Das Win-Own Casino, das ist natürlich gut bestückt und zwar mit 50 Freispielen ohne Einzahlen. Und die habe ich auch schon mal gespielt. Hier steht ein Betrag Bonusgeld, aber viel ist es nicht geworden. Ich habe schon mal ein paar Runden weitergespielt, aber im Prinzip war jetzt dieser Bonus, diese 50 Freispiele, die Ausbeute von 3 Euro nicht wirklich viel. Das muss man schon dazu sagen. Und es werden ja auch jeweils da bloß 5 Linien gespielt. Und da muss man schon echt viel Glück haben. So, hier haben wir natürlich weitere Bonusangebote, die weitaus besser sind. Und zwar geht es von 400% los, 200%, 100%. Und hier sieht man einen großen Unterschied, den man in anderen Casinos nicht hat. Wenn man jetzt hier etwas mehr einzahlt, dann sind auch die Höchsteinsätze je nach Einzahlung etwas höher und die Umsätze werden geringer. Also lohnt es sich dann hier eher mal 50 Euro einzusetzen, um dann mit 100 zu spielen, als weniger, um dann hier mit den 200 oder gar 400% Bonus zu spielen. Also das ist auf jeden Fall schon mal Fakt. So, was kann das mit einem Casino? Es gibt reichlich Spiele. Es gibt Lotto-Aktionen, Turniere. Es gibt ein Live-Casino. Das machen wir jetzt gleich mal am Anfang. Ein Live-Casino und warum das jetzt so schwarz bei mir ist, die Spiele, weil die natürlich für mich erstmal unmittelbar gesperrt sind, weil ich jetzt Bonusgeld aus den Freispielen da drauf habe. Und so zieht sich das dann auch in den entsprechenden Spielen hin, dass man eben dann die Spiele, die nicht möglich sind, mit Bonus zu spielen, eben geschwärzt sind. So, dann gehe ich mal nochmal hier drauf, sind wieder die Anbieter zu sehen und da kann man dann direkt zu seinen Lieblingsanbietern kommen und von hier aus dann entsprechend sich die Spiele aussuchen. Hier würde ich hingehen, dürfte ich aber jetzt keinen Bonus haben. Und ich sehe dann auch gleich, dass ich vielleicht hier eher ohne Bonus spielen würde. Das ist so eine Frage für jeden selber. Und hier haben wir dann nochmal die Bonus-Spiele, die man jetzt im Prinzip mit dem Geldern spielen kann. Und das sind ja auch erstmal genug. Also hier ist auf jeden Fall genug da an Spielen, die dann einfach funktionieren. Das hatte ich jetzt mal probiert. Und die nächste Sortierung sind dann die brandneuen Spiele. Wie wir das kennen, ist das natürlich so, dass diese hier wieder neu ins Casino aufgenommen worden sind. So, also, die Auswahlmöglichkeiten unserer Tiererei ist hier für jeden. Es muss für jeden was dabei sein. Ich kann hier einmal auf Tischspiele gehen oder ich kann auf Jackpot-Spiele gehen, die jetzt bei mir hier alle schwarz sind. Aber ich habe hier auch den großen Micro-Gaming-Checkpot dabei, wenn man dann halt mal ohne Bonus spielt. So, jetzt geht es hier ans Einzahlen. Und das ist hiermit das Wichtigste. Und zwar ist es so, dass hier die Einzahlungsmethoden im Prinzip mit Chetong, Bitcoin, Neosurf, Flexping und Pesal vertreten sind. Und man kann natürlich dann entsprechend anklicken und das natürlich nicht vergessen bei der Einzahlung, dass man hier mit 200% spielen will oder mit 20% freispielen oder eben dann hier in dem Fall ganz ohne Bonus. So, und das muss man dann vorher entscheiden. Und dann kann es im Prinzip schon losgehen. So, also, es gibt reichlich Bonus-Angebote. Unter den Aktionen findet man das dann nochmal. Und gut erklärt ist es dann bei uns nochmal auf der Website. Zumindest auch zusammengefasst, dass man mal einen kleinen Überblick hat und dann einigermaßen erst mal rein starten kann, ohne sich da groß nochmal vorher durchzulesen. Was aber natürlich jederzeit empfehlenswert ist, sich selbst mit den Bonusbedingungen nochmal zu beschäftigen. Ich liebe es einfach ohne Bonus zu spielen. Da passiert gar nichts und man kann auch nicht so viel falsch machen. Also wie gesagt, je nachdem wie viel sie einzahlen, je nachdem haben sie ein Limit, wie hoch sie dann setzen können zum Abspielen. Das Win-Ohn bietet ein Live-Casino und auch Kartenspiele, Checkpoint-Spiele. Eigentlich alles da, was ein Spieler braucht. Und dann kann es doch eigentlich einer Anmeldung nichts im Wege stehen. Und dann wünsche ich jetzt in dem Moment allen einen guten Tag und ein schönes Spiel im Win-Ohn-Casino. Tschüssi, bis zum nächsten Mal. Dann wieder mit besseren Stimmen. Tschüssi. 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 Vielen Dank.